Das ist die Kraftstation, die Widerstandszylinder ohne Gewichte, aber hier sind die Zylinder, da kann man die Gewichte verstellen, 125, 5 Kilo, da ist für jeden Fall etwas dabei, ist echt gut, vor Jahren mal gekauft, kann man ein bisschen trainieren, die kommt in Einzelteile, hier ist sie verschraubt, da braucht man eine Weile, vier bis fünf Stunden muss man sich schon Zeit nehmen, aber das ist eine prima Sache, dreimal in der Woche trainiere ich da, Montag, Mittag und Freitag, jeweils eine halbe Stunde, das reicht völlig. Ich habe jetzt einen Tag in den Shawn, Appitaat, das ist eine Kielstelung, aber auch ein Sahel, das ist eine Kielstelung, das ist ein Blut, das ist ein Blut, das ist ein Blut, das ist ein Blut, so ein Blut, das ist eine Kielstelung, die wir jetzt zwei Ereignisse zu kommen, die wir dort haben, dann sagen wir das, was wir nicht zu tun haben, aber zu können, wir stehen, wenn du nicht zu tun, Ein bisschen Bizeptraining, das kann man auch einzeln hier machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020